Hallig und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Speedbild, denn wir müssen natürlich ja in der 100 Baby Talentschitz umziehen. Bzw. wir sind schon umgezogen, wir müssen noch das Haus bauen. So, und ja, ich dachte mir, dass wir bei diesem Speedbild, dass wir da mit Cam machen und so, weil ich das einfach schöner finde. Weil, ja, man kann sich ja nicht die ganze Zeit immer nur auf dieses abgespeedete Zeug konzentrieren, finde ich. Ich schaue auch gerne die Leute dabei an, wie sie halt irgendwelches Zeug erzählen. Und ich habe das in diesem Grundriss wieder aus der Galerie genommen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, welche Person das genau war, aber das Haus ist auf jeden Fall in meinen, also ich habe das geliked in der Galerie. Wenn ihr mir da folgt, dann sollte das in eurer Timeline da auch schon angezeigt werden. Und ansonsten müsst ihr halt einfach mal meinen Favoriten da durchscrollen. Und es wird da irgendwo sein. Ich habe jetzt nicht so viele Montgomery-Sachen geliked. Also sollte man das schon wiederfinden, denke ich. Und, ja, also ich habe da, glaube ich, etwas mehr als zwei Stunden angesessen. Ich habe halt schon versucht, das halt möglichst schön zu gestalten. Also weil wir werden jetzt, denke ich mal, so ziemlich bis zum Ende der Challenge da drin wohnen. Und das soll dann natürlich schon schön sein. Und, ja, ich habe ein bisschen versucht, halt mal so ein paar Sachen zu machen, die ich nicht immer machen würde, so. Und ich bin sehr zufrieden damit, ehrlich. Es kann natürlich sein, dass ich so ein, zwei Sachen vergessen habe. Aber die können wir dann ja immer noch platzieren. Und, ja, also im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was da jetzt daraus wurde. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr dann auch zufrieden damit seid. Und, ja, also generell, ich habe ein bisschen versucht, so ein paar Items auch zu benutzen, die ich ja sonst nicht so benutze. Aber das, ja, habe ich schon erwähnt. Ihr kennt mich, dass ich mich immer wiederhole und so. Ich gucke immer darüber, weil ich gucken will, ob die Aufnahme noch funktioniert und keine Ahnung. Es immer fordert mich, okay, ich muss einfach dahin gucken und dahin, weil da ist das Video und da ist die Kamera. Da ist nur die Aufnahme. Es ist okay, die wird schon laufen. Ich muss nicht die ganze Zeit dahin gucken. Wirklich nicht. Letzte Woche kam kein Video übrigens. Das ist auch manchen Leuten aufgefallen. Und, ja, ich hatte eine Operation letzten Freitag. Also, wenn ihr das Video seht, Freitag vor einer Woche. Ähm, also es war nur, also mein Zehennagel wurde entfernt, dass er war entzündet. Und das, ja, genauer will man da auch, glaube ich, nicht drauf eingehen, weil das war jetzt nicht so angenehm. Ähm, aber ich, das, die meisten sollten das ja wissen, weil die meisten folgen mir ja auch auf Instagram. Und ich habe auch sehr liebe Nachrichten bekommen, äh, die mir gute Besserung gewünscht haben. Da habe ich mich erst sehr darüber gefreut. Weil, ja, also es freut mich einfach, wenn, 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 wenn ihr mit mir interagiert. Also, ich, ich, ich freue mich einfach, ich finde es einfach ganz toll, ja. Dass, ähm, ja. Dass ihr hier halt so auch mit mir kommuniziert. Und nicht nur, äh, dass ich das hier so, so vor mich hin brabbel und keine Ahnung. Und es passiert halt nichts dagegen. Gegenzug. Also, ich finde das, äh, sehr schön, dass wir das hier gemeinsam tun können. Und, äh, ja. Also, ich finde es toll. Ist da. Ich bin schon wieder in diesem Modus, wo man nicht weiß, was geht hier eigentlich ab im Leben. Aber, Leute, äh, das ist ein Speed Build. In Speed Build quatsche ich hier immer irgendeinen Scheiß. Also, noch mehr Scheiß als in meinen anderen Videos, weil ich das hier ja füllen muss irgendwie. Und ich weiß immer nicht, wie ich das tun soll. Und dann rede ich über irgendwas, was ich jetzt zeige, was keinen Sinn ergibt. Und, ja. Hallo. Willkommen auf meinem Kanal. Solltet ihr neu sein? Das ist sicher immer so. Hi. Ich glaube, das macht mich auch so ein bisschen aus, als ich ein bisschen komisch bin. Aber, ähm, willkommen. Ah. Ich, ihr werdet sehen, dass ich in diesem Speed Build noch ein paar Mal hin und her steppe und keine Ahnung. Weil mir dann doch noch irgendwas eingefallen ist, was ich dann doch in irgendeinem Raum benutzen will und keine Ahnung. Und seht ihr, ich habe in dem, äh, Zimmer kein weiß, äh, kein weißes oder kein schwarzes Holz benutzt. Leute, ich entwickle mich hier weiter. Weil wirklich in jedem Haus, was ich baue, benutze ich nur weißes und schwarzes Holz. Immer und überall. Und generell, vor allem, äh, weiß und schwarze Töne. Und ich habe mal ein bisschen versucht, das zu ändern, weil es mich selber nervt. Ich finde es auch voll schön, wenn es halt so farbig ist. Aber, äh, ja. Also, ich meine, hier, die Sachen sind ja auch, äh, schwarz und weiß. Aber, es ging mir jetzt in dem Fall halt vor allem um die Bettfarbe. Also, das Gestell. Und, ehrlich, also, ne, ich habe mal wenigstens andere Holzfarben benutzt. Also, ich bin sehr stolz auf mich, okay? Also, das ist hier nicht die Norm. Hör mal, Leute. Ja, und hier habe ich dann so ein bisschen versucht, diese Modular-Sachen dann auch zu benutzen und so. Weil ich damit tatsächlich auch noch nicht so viel getan habe. Und da habe ich versucht, den Raum so ein bisschen aufzuteilen. Ich habe das jetzt nicht mehr so gemacht, dass Mädchen und Junge getrennt sind. Ich dachte, denen wird das eigentlich ziemlich egal sein, to be honest. Und dann, dass es halt einfach einen Bereich gibt, wo halt dann die Kleidung ist. Und dass man, wenn man reinkommt, nicht direkt immer alle schlafen sieht. Ich dachte, das wäre vielleicht angenehmer. Ähm, auch wenn die dann alle in einem Zimmer quasi schlafen. Ist vielleicht für mich auch angenehmer dann, dass, äh, dass die dann alle dahin gehören und so. Und, ja. Also, ich finde es eigentlich ganz nett. Also, ich denke, es ist dafür, dass da viele Menschen quasi in einem Raum schlafen. In dem Fall habe ich ja acht Betten, die ja nie alle voll sein werden. Aber, ne. Ähm, genau. Ich finde halt, dass das, äh, trotzdem sehr gemütlich aussieht. Dafür, dass da halt einfach so viele Menschen in diesem Zimmer wohnen. Und, ja. Ich hatte einfach so viel Spaß, das zu dekorieren. Und auch generell. Also, ich habe halt lange nicht mehr so ein großes Haus eingerichtet. Eher so kleinere Wohnungen oder so. Und kleinere Häuser. Ich bin auch eigentlich eher der Typ dafür. Aber, ich fand es jetzt auch mal eine coole Abwechslung, etwas Größeres zu bauen. Ähm, auch wenn ich mich sehr schwer damit getan habe, den Platz zu füllen. Gerade, weil es ja ein sehr offener Floorplan ist, so, ne. Also, ihr werdet es auch sehen. Also, das, äh, dieses, ähm, das wird so mickrig aussehen, das Wohnzimmer. Weil dieser Raum so riesig ist. Aber ich wusste nicht, was ich da noch hätte hintun sollen. Ähm, aber, ja. Ich denke, das wird schon in so einer Ordnung sein. I guess. Ja, also. I don't know. Ich weiß auch nicht, was das hier alles ist, ne. Ich werde euch das ganze Haus dann natürlich dann nochmal zeigen. Spätestens dann, wenn wir dann den nächsten Part, mh, aufnehmen. Also, wenn er hochkommt, dann. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder aufnehme. Äh, weil, ich weiß gar nicht. Was kam dann als letztes? Ich glaube, die Lucky Legacy, oder? Das, äh, schaue ich jetzt mal eben nach. Live im Part, Leute. Ne, ne, das, ich bin gut vorbereitet auf mein Leben. Ah. So, dann. Achso, das letzte, was kam, ist, dass die Sims 4 Sets sind sehr kontrovers. Davor kam die Lucky Legacy Challenge. Davor kam eine Bau-Challenge. Und davor kam die Baby-Challenge. Okay. Das heißt, also, ich würde jetzt diesen Part, also dieses Sweetwit, das zwar nicht direkt als Baby-Challenge-Part bezeichnen, trotzdem würde ich sagen, dass wir jetzt noch so ein, zwei Wochen warten, bis dann, äh, ein neuer Part kommt. Also, I'm sorry für die, die sich auf die Challenge freuen und so, aber ich möchte halt nicht, dass halt jetzt nur Baby-Challenge-Content kommt, so, you know, sondern, dass es halt schon auch abwechselnd geboten ist. Also, klar, ein Speed-Bild und die Baby-Challenge an sich ist zwar noch was anderes, aber es spielt halt quasi ja in dem selben Universum. Also, weil es ist ja derselbe Spielstand, logischerweise. Deswegen, ja, würde ich jetzt halt noch, also, dass halt nochmal irgendwie ein Video dazwischen kommt. Was genau, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Und, ähm, es wird schon passen. I don't know, vielleicht machen wir ja mal so ein Szenario oder so. Finde ich ja auch ganz interessant. Darüber können wir ja auch mal sprechen, to be honest. Also, ich finde die Sachen sehr interessant. Ich selber bin jetzt nicht so krass intuit oder so. Aber ich finde die Idee an sich ganz cool. I don't know, wir können das ja vielleicht irgendwann mal anschauen, vielleicht nächste Woche schon. Wir werden sehen. Aber vor allem, äh, gibt es jetzt ja ein Overhaul, blabla, für, mhm, wie heißt das? Für, für NPC-Story-Nachbarschaft-Stories oder so heißt das. Und das wird unfassbar cool, weil einen dann, wir haben das ja schon im Spiel, dass halt manchmal befreundete Sims anrufen und fragen, Hey, äh, ich denke, mein Partner und ich wollen ein Kind bekommen. Meinst du, wir wären gute Eltern? Und dann kann man ja antworten, ja, kriegt doch unbedingt ein Kind. Oder man kann antworten, nein, ihr seid, ihr werdet voll schlechte Eltern oder so und was. Und, sowas soll dann ja mehr ins Spiel kommen, dass man nicht nur, äh, äh, das hat. Äh, sondern halt viele verschiedene Variationen von Events, die deine Freunde und Verwandten, dass die dich quasi anrufen und dir dann halt häufiger mal irgendwelche solche Fragen stellen, die halt dann quasi deren Story beeinflussen, äh, damit man nicht aktiv mit denen spielen muss, damit sich deren Spielverlauf weiterentwickelt. Was ich eigentlich ganz cool finde, ich bin halt gespannt, wie häufig das vorkommen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass es a, entweder zu häufig auftritt, so, dass es einen schon nervt beim Gameplay und b, kann ich mir aber auch vorstellen, dass es zu selten eintritt. Deswegen, also, wir schauen mal, ob sie die Balance irgendwie finden. Ansonsten haben wir ja immer noch den MC Command Center, der uns natürlich hilft, die, äh, Nachbarschaftsleute irgendwie, ja, ne, deren Story voranzutreiben. Ich werde jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch, äh, anfangen damit, dass ich, äh, meine ganzen Sims als umgespielt, äh, einstelle in meinem privaten Legacy-Spielstand, weil, ähm, wenn man die jetzt gespielt hat, auch beim MC Command Center, verändert sich halt bei denen nichts, ne. Und das ist halt so, ich muss dann immer extra in den Haushalt gehen und sagen, hey, kannst du bitte mit dem hier was haben und keine Ahnung und, äh, ja, ist halt immer ein bisschen nervig. Ähm, also ich hab kein Problem, denen dann bei der Alterung und so immer so ein kleines Makeover zu geben oder so, aber mich nervt halt, dass ich denen dann halt immer explizit sagen muss, äh, also kurz mit denen spielen muss oder so, damit sich da halt bei denen was ergibt oder denen halt dann einen Partner raussuchen muss oder so und wenn die das halt selber finden würden und dann halt selber Kinder kriegen würden, dann müsste ich halt wirklich nur noch dieses Umstyling machen und das, ähm, wäre besser für mich. mal so, weil, ja, also auf Dauer ist es halt auch einfach nervig, dann immer in die Galerie zu gehen und irgendwen runterladen und dann müssen die halt das noch mit dem Baby machen und dann Schwangerschaft selbst und manchmal hat es nicht geklappt oder so nochmal und dann wird man wieder voll aus seinem eigentlichen Rhythmus rausgeschmissen vom Spiel und das wäre halt auch irgendwie, es ist halt auch immer ein bisschen nervig. Und deswegen, äh, denke ich, vielleicht, dass ich das dann so machen würde. I don't know. Wir werden schauen. Also, ich werde euch vielleicht auch irgendwann nochmal mitnehmen in meinen privaten Legacy-Spielstand, weil, keine Ahnung, ich finde es halt einfach interessant, auch bei anderen zu sehen, was diese privat so treiben und deswegen, keine Ahnung, könnte ich euch auch mal wieder zeigen, was da eigentlich gerade so abgeht, weil es hat sich schon wieder sehr viel getan seit dem letzten Video, was absolut viele Aufrufe bekommt, regelmäßig. Das ist einer meiner bekanntesten Videos, wo ich über meine Legacy-Challenge spreche. Das ist auch sehr, sehr wild. Not gonna lie. Und, ja, also hier sieht man ja, ich habe halt versucht, den Raum gut zu nutzen im Haus. Ich bin auch, ja, wie gesagt, ziemlich zufrieden. Also, ich finde, man kann sich da auf jeden Fall wohlfühlen und, ja, also, wir haben jetzt vor allem auch viele Bereiche, die wir vorher halt so nicht hatten. Wir hatten zwar vorher jetzt so eine Werkstatt und so, quasi, also, nicht Werkstatt, sondern, ja, so ein Schuppen, sag ich mal, ne, wo dann halt das Instrument drin stand und der Schaukelstuhl und ein Trainingsgerät und die Werkbank, aber ich fand, das hat jetzt hier nicht so reingepasst. Also, ich hätte jetzt da auch nichts mehr dran gebaut. Also, ich fand das viel schöner, dass dann halt, ähm, ja, also, dieses Teleskop ist halt vielleicht ein bisschen wild, aber ich habe, fand irgendwie, dass es passt. I don't know. Und, ähm, ja, übrigens, dieser Wunschbrunnen, dachte ich mir, könnte vielleicht noch mal, also, wäre vielleicht ganz witzig, weil wir uns ein Baby wünschen würden. Das würde ja auch zählen, oder nicht? Also, I don't know. Also, ich finde den Wunschbrunnen generell eigentlich ziemlich witzig, deswegen, warum sollten wir nicht unser, unser, unser Glück herausfordern, ab und zu. Ne? Also, und, ja, genau. Also, ich, da habe mir Mühe gegeben, dass das halt alles, äh, gemütlich aussieht und vor allem, dass wir, äh, ja, dass, dass da der Platz gut genutzt wird und, dass man, mh, ja, dass es am Ende dann auch so ist, dass es, äh, also, wir haben ja oben, quasi, habe ich ja diesen Bereich, wo dann halt die ganzen Skill-Building-Sachen sind und so, und so ein Kinderspiel-Bereich und so ein Teenie-Aufenthalts-Bereich und, keine Ahnung, halt so ein Bereich, wo die Kinder und Teenies dann halt ihre Hausaufgaben machen können und so war es halt. I don't know. Also, ich finde es ganz cool. Ich hoffe, es gefällt euch auch und wir werden dann sehen, wie gut sich es damit spielen lässt oder ob es vielleicht einfach Trash ist. Man weiß es nicht. Ähm, und, ja, also mich freut es, wenn ihr mir sagen könntet, ob es euch auch gefällt und dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir sehen uns dann in diesem Haus wieder in Part 100 der 100 Baby Challenge oder bei einem anderen Video. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschiiiesss! hablando o walked in Part 100 Appendium, ein paar Grünen ist очень viel und